Ja, moin meine lieben Filmfreunde. Sag mal, habt ihr schon vom Film The Fall Guy mit Ryan Gosling und Emily Blunt mitbekommen? Der Film wird ja vor allem in den USA gerade so richtig, richtig gefeiert. Das heißt, der Film wäre unterhalten, tolle Comedy, tolle Action und ein Liebesbrief für Stuntmänner und Frauen. Doch stimmt das auch oder wird dann mal wieder übertrieben? Ich verrate euch jetzt hier in diesem Video, worum geht's, was erwartet euch und wie finde ich den Film The Fall Guy? Das ist natürlich spoilerfrei, damit ihr danach selbst entscheiden könnt, ob ihr euch den Film im Kino anschaut. Mein Name ist Ren, das ist Filmflash, los geht's. Ja, meine lieben Filmfreunde, am 30. April ist es soweit, dann bringt uns Universal Pictures The Fall Guy in die deutschen Kinos. Der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von zwei Stunden und bringt uns unter anderem Ryan Gosling, Emily Blunt, aber auch Aaron Taylor Johnson und viele mehr vor die Kamera. Der Film erzählt uns von einem Stuntman, gespielt von Ryan Gosling, der immer für die besten Stunts bekannt war. Doch dann läuft was schief und er geht erst einmal in Rente, bis er zurückgeholt wird und zwar ausgerechnet zu dem Film seiner Ex-Flamme, gespielt von Emily Blunt. Und fortan müssen nicht nur die beiden miteinander klarkommen, sondern Ryan Gosling muss auch noch herausfinden, wo der Star des Filmes hin ist. Aaron Taylor Johnson ist nämlich verschwunden und Ryan Gosling soll ihn wiederfinden. Und dabei dürfen wir zuschauen. Okay, Story abgehakt, kommen wir zu der Frage, was erwartet euch mit The Fall Guy? The Fall Guy ist bekannterweise ein Reboot, auch wenn sich wohl meine Generation und Jünger kaum noch daran erinnern mag. Aber es gibt da sicherlich draußen welche, die die Serie damals gefeiert haben. Schließlich wurde sie zu so einem richtigen Kult. Sie ist in einer Reihe mit Magnum P.I. oder auch MacGyver und A-Team. Ein Kult für alle Fälle war damals ein Hit, jedenfalls in der Nachbetrachtung. Und auch ich habe in meinen jungen Jahren diese Serie immer mal wieder stückchenhaft gesehen. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie nah ist denn dieser neue Film an dieser alten Serie dran? Und da kann man ganz klar sagen, so gut wie gar nicht. Ähnlich wie das in so Serien-Neuauflagen wie MacGyver oder Magnum P.I. war, hat man sich im Grunde den Grundkern und die Marke genommen und daraus was Modernes gemacht. Da werden jetzt einige direkt wieder meckern und sagen, das ist ja schlecht, das ist gar nicht gut, das ist uncool. Man sollte doch dann lieber wirklich, wenn man schon diese alte Marke nimmt, das auch wieder so versuchen wie damals. Ich würde aber sagen, es ist manchmal auch gut, die 80er Jahre für sich zu lassen und eine Marke neu zu interpretieren, neu aufzulegen. Denn mit The Fall Guy bekommen wir ja einen Film, der von einem Stuntman über einen Stuntman handelt. Und das ist definitiv etwas Besonderes, denn dieser ganze Film, der strahlt nur so heraus. Leute, wir wollen euch hier zeigen, wie hart eigentlich der Job eines Stuntman, einer Stuntwoman ist, was das eigentlich bedeutet und wie wenig Aufmerksamkeit die eigentlich erhalten. Und das gelingt David Leitch hier unglaublich gut. Denn dieser Film The Fall Guy ist voller Meta-Ebenen. Der Film erzählt uns ja davon, dass ein Kinofilm gedreht wird. Sprich, wir erleben, wie Stuntleute versuchen tagtäglich die besten Stunts hinzulegen, ohne dass etwas Schlimmeres passiert. Und gleichzeitig muss der Hauptstuntman den Hauptdarsteller des Filmes finden und geriet dabei immer wieder in Situationen, wo es ziemlich, ziemlich actionreich wird. Wo ja bei einem Dreh ebenfalls Stuntmenschen vor die Kamera müssen. Und so liefert David Leitch uns eben einen Film, der uns zum einen zeigt, wie sieht es hinter den Kulissen aus und gleichzeitig das Endergebnis zeigt, wo ja eigentlich kein Stuntman innerhalb dieses Films ist. Also jedenfalls kein Stuntman, der da extra ausgetauscht wird. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so ein Film, der voller Meta-Ebenen steckt. Aber eben auch voller Filmzitate. Und das macht auch einen großen Teil des Humores von David Leitch hier in diesem Film aus. Denn immer wieder gibt es kurze Pausen, selbst in den schlimmsten Momenten, wo irgendein Filmzitat gedroppt wird und sich Zeit genommen wird, um noch kurz irgendwas zu klären. Zum Beispiel am Telefon und darauf geschissen wird, was eigentlich ringsherum passiert. Dieser Humor zündet nicht unbedingt immer. Aber in der Vorstellung, wo ich mir das angeschaut habe, gab es doch jede Momente, wo die Leute gelacht haben. Es gab aber auch viele ruhige Momente. Und das liegt daran, dass der Film zum einen mit seinen zwei Stunden eventuell so 10, 15 Minuten zu lang ist und sehr oft zwischen den Genres Action, Comedy und Romantik switcht und immer wieder auch versucht, diese drei Genres zusammenzubringen. Das funktioniert aber leider auch nicht immer. Wodurch manchmal so ein Gefühl von irgendwas ist hier nicht ganz stimmig aufkommen könnte. Was aber eventuell auch daran liegt, dass es immer wieder Momente gibt, wo Szenen bzw. kurze Momente ausgelassen werden. Stellt es euch so vor, ihr lauft zum Beispiel von einer Straße rüber zu einem Haus und ich sehe euch nur, wie ihr auf der einen Straßenseite steht und dann an dem Haus, an der Haustür ankommt. Das dazwischen wird nicht gezeigt. Und das führt im Film manchmal dazu, dass es sich nicht ganz flüssig anfühlt. Dass man manchmal das Gefühl bekommt von hier wurde was weggelassen, was aber irgendwie doch wichtig gewesen wäre. Denke man an eine Verfolgungsjagd, wo man den Anfang sieht und dann aber schon gefühlt das Ende. Jedenfalls vom Gefühl her. Und genau das ist natürlich etwas, was so ein wenig ein unrundes Gefühl in einem Film bringen kann. Aber ich weiß auch von meinen Mitzusehern, dass dieses Gefühl nicht jeder bzw. jeder hat. Niemand wird bemerken, ob du hier bist oder nicht. Nicht bös gemeint. Ich meine schon ein bisschen. Und das liegt eventuell wiederum daran, dass der Film enorm vollgepackt ist im positiven Sinne. Denn die Story selbst, die liefert nicht allzu viel her. Die ist wirklich, wirklich dünn und hat ziemlich große Logiklöcher. Aber man wird die ganze Zeit bescheuert mit Action, mit Filmzitaten, mit gutem Humor, mit jeder Menge, sagen wir, völlig überspitzen, völlig überdrehten Szenen. Und einer ulkigen Art, die Ryan Gosling zuletzt auch schon in Barbie präsentiert hat. Denn vor allem auch das Duo Ryan Gosling und Emily Blunt, die sind hier wirklich bezaubernd. Die beiden funktionieren hier wirklich unglaublich gut. Und ich finde auch, dass Ryan Gosling vor allem in den letzten Jahren endlich mal Rollen bekommen hat, wo er zeigen kann, dass er doch so ein humoristisches, charmantes Talent hat, welches hier im Film The Fall Guy unglaublich gut funktioniert. Und nicht nur Ryan Gosling überzeugt und auch Emily Blunt, vor allem auch in ein, zwei extremen Action-Szenen, sondern auch Aaron Taylor-Johnson, der hier eher eine Nebenrolle spielt, aber auch hier mal wieder zeigt, wie wandlungsfähig er ist. Und auch Ted Lasso-Star Hannah Waddingham spielt hier wirklich eine wunderbare Rolle. Man erkennt sie zu Beginn auch erst gar nicht. Und auch Winston Duke hat hier wirklich einen tollen Part bekommen, der ihn mal noch ganz anders zeigt, als zum Beispiel in Black Panther 1 oder 2. Der Cast ist also gut, die Story ist dünn. Dafür gibt es jede Menge guten Humor, Action und völlig übertriebene, überspitzte romantische Momente, die aber sichtlich absichtlich so sind. Die sollen so richtig klischeehaft Hollywood sein und ein eventuell sogar so ein bisschen zum Würgen bringen. Denn dieser Film möchte uns auf einer Metaebene nach der anderen immer noch zwischen den Zeilen etwas mitgeben. So habe ich es jedenfalls verstanden. Allerdings entsteht dadurch eben ein Gemix aus Genre, was nicht immer funktioniert und manchmal eben Längen bringt, die aber dann sehr gekonnt, muss ich sagen, unterbrochen werden. Du denkst so, okay, jetzt zieht es sich ein bisschen und dann kommt G'schnitt und die Action geht wieder los oder irgendein schräger Moment kommt. Und nicht nur schräge Momente erwarten euch, sondern auch extrem überraschende Momente. Also wirklich, da hat man sich richtig gegönnt in diesem Film und das nicht nur mit Cameos, sondern auch mit Momenten, wo ich so dachte, okay, das ist ziemlich, ziemlich geil erdacht und umgesetzt. Es gibt sogar so ein bisschen Foreshadowing. Es werden uns bestimmte Dinge am Anfang schon so ein bisschen hingelegt und am Ende passieren sie auch, ohne dass man es vorher begriffen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl die Story enorm dünn ist, gibt es da ein, zwei Wendungen, die ich so nicht auf dem Zettel hatte. Und das führt zu einem Gesamtpaket, welches sich unglaublich gut anfühlt. Und mit gut meine ich, ihr werdet wirklich gut unterhalten. Man geht in so einen Film nicht rein, um irgendwie die tiefgründige Story zu erhalten. Nee, das ist so ein Film wie Hobbs & Shaw, wo man reingeht für die Action, für die Comedy, für einen guten Cast. Und all das bekommt ihr aber eben auch noch mehr. Denn diese Stuntarbeit, die uns da präsentiert wird, die macht unglaublich Spaß. Dieser Blick hinter die Kulissen mit klischeehaften Momenten, aber eben auch mit jede Menge Filmverweisen, die immer wieder auch zu sehr humorvollen Situationen führen. Das ist einfach ein Gesamtpaket, was funktioniert. Allerdings komme ich natürlich nicht drum rum, über die CGI zu sprechen, beziehungsweise über die Greenscreen-Arbeit. Es gibt Momente, die nicht am Set stattfinden, wo ich gedacht habe, jetzt ist die Greenscreen-Arbeit aber mittelmäßig. Was mich ein bisschen rausgerissen hat, weil mich stört das immer. Allerdings ist das hier nur ein halber Kritikpunkt, weil es könnte durchaus sein, dass man sich in der Bearbeitung gedacht hat, okay, wir haben jetzt vielleicht wirklich nicht so viel Budget dafür übrig, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, weil dieser Film ist ja eigentlich eine reine Meta-Geschichte. Man versucht uns Stuntarbeit zu zeigen und dann ist es vielleicht auch cool, obwohl es eigentlich eine reale Szene sein soll, dass der Greenscreen im Hintergrund erkennbar ist. Vielleicht ist es aber auch wirklich nur, man hatte nicht genug Budget und man konnte es nicht besser machen, aber deshalb möchte ich es jetzt auch nicht hart kritisieren. Meine Mitzuschauer, die haben auch beide gesagt so, hey, das hat mich jetzt gar nicht gestört, das war jetzt nicht das große Problem. Und das ist auch in Ordnung, ich bin da wirklich immer sehr, sehr kritisch. Damit kann ich euch nur sagen, ab ins Kino. Denn ganz ehrlich, The Fall Guy ist für mich bisher die Action-Comedy des Jahres. Ich mag den Film unglaublich doll. Ich werde ihn mir definitiv auch noch ein, zwei, dreimal anschauen. Und dann werde ich eventuell auch diese ein, zwei Längen nicht mehr ganz so kritisch sehen, wie jetzt noch beim ersten Mal. Dieser Film ist nicht so hundertprozentig flüssig, aber er funktioniert im Gesamtpaket. Und wenn ihr einfach mal wieder Bock habt, pure Unterhaltung mit einem tollen Cast zu bekommen, dann schaut euch diesen Film unbedingt im Kino an. Wenn ihr jetzt aber wirklich ein 1 zu 1 Reboot der Serie erwartet mit demselben Charme, mit demselben Style, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich enttäuscht. Wenn euch aber so Filme wie Hobbs & Shaw gefallen haben, dann seid ihr mit dem Film richtig. Wenn ihr aber sowas wie Bullet Train erwartet, dann seid ihr hier ebenfalls leicht falsch. Nicht unbedingt wegen der Action, aber wegen der Ausrichtung. Bullet Train ist schwarzhumorige Action, während The Fall Guy eine romantische Action-Komödie ist. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb viel Spaß im Kino. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee holen. Ach ja, es gibt vier Sterne von fünf. Wie viele Aufnahmen hast du davon? Wir haben es fünfmal gedreht. Oh. Alter Schwede.